Hallo zusammen, hier ist Jan von Brettspieler klärt. Ich habe nochmal ein Solo-Let's Play für euch, und zwar von Dune Imperium. Davon habe ich ja bereits eins gemacht, aber ich dachte, mache ich nochmal eins. Genau, diesmal spiele ich einen anderen Charakter. Das ist einer aus der Erweiterung, der ist der einzigste, der hier oben eine 4-Schwierigkeit angegeben hat. Ich habe mit dem noch vorher noch nicht gespielt. Schauen wir mal, wie es läuft. Ihr könnt euch den Text gerne durchlesen, aber prinzipiell ist es so, dass ich am Anfang diese Tokens hier vorne hinlegen kann. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Einfluss den Punkt erreiche, nehme ich die runter und lege die hier hin. Dann erhalte ich quasi die Effekte, die hier stehen. Da habe ich gerade gemerkt, dass ich hier natürlich noch die Einflusswürfel rechenlegen muss. Diesmal spiele ich gegen Haus Hakone, quasi beide von dem Haus Hakone. Und dachte ich, ist vielleicht thematisch ganz cool, gegen beide zu kämpfen. Und genau, schauen wir mal, wie es läuft. So, dann sind wir soweit fertig. Genau, ich spiele auf der Könnerschwierigkeit, heißt hier quasi also die mittlere. Das heißt, hier starten die auch schon was. Die starten auch schon mit Intrigenkarten. Die benutzen die ja nicht. Zur kleinen Erinnerung gibt es ja hier eine Übersicht, wann die welche Ressourcen in Siegespunkte eintauschen. Genau, und dann können wir eigentlich anfangen direkt. Genau, Runden beginnen. Wir decken die erste Konfliktkarte auf. Es geht um die Frachteraktion und einen Spice. Also vielleicht noch nicht ganz so interessant. Wir beginnen mit dem Rivalen, mit grün. Ich decke jetzt quasi immer die Karten auf, die sagen, wo die beiden hingehen. Die gehen einmal nach Attack. Das bedeutet, den Effekt der Karte bekommen die nicht, quasi nur was hier immer steht. Das heißt, wir bekommen einen, den die auch sofort reinsetzen und schieben noch zwei zusätzliche nach. Dann ist auch schon gelb dran. Der hat hier diese Aktion bekommen. Und zwar hat er aktuell noch 0 bis 1 Einfluss. Das heißt, hier wird die linke Seite von aktiviert. Er geht quasi hier unten hin und bekommt eine Frachteraktion. Bei Frachteraktionen versuchen wir quasi immer zum zweiten Schritt zu gehen, um dann den Effekt hier auszulösen. Genau. Dann bin ich auch schon dran. Kampf können wir, glaube ich, fast direkt ignorieren in der Runde. Da brauche ich mich, glaube ich, nicht beteiligen. Das hier sind jetzt meine Handkarten. Ich denke mal, die Basiskarten werde ich eher nicht einsetzen. Ich denke mal, wenn ich jetzt schon die habe, womit man quasi auf die Leiste links gehen kann, sollte ich sie auf jeden Fall einsetzen. Wo könnte ich da am besten hingehen? Ich würde mal versuchen, ich könnte versuchen, relativ schnell Geld zu sammeln. Truppen brauche ich ja nicht. Das heißt, Främen ist vielleicht weniger interessant. Ich würde einfach mal sagen, ich spiele diese Karte aus. Die wird danach entsorgt. Das heißt, die tue ich jetzt direkt weg. Und ich gehe mit einem Agenten, wo wollte ich da hingehen? Das heißt, ich bekomme ein Ansehen bei den Bene Gesserit und darf eine Intrigenkarte ziehen. Ich finde die Intrigenkarten eigentlich immer gut. Gebe mir vielleicht manchmal auch ein bisschen den Fokus. Die Karte, genau, die hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch. Genau, ich kann zwei ausgeben während des Kampfes, um ein Schwerter zu kriegen. Oder, falls ich die am Ende des Spiels habe, wenn ich zehn oder mehr Geld habe, bekomme ich dann noch einen Siegespunkt dazu. Okay, das kann, glaube ich, ganz gut sein. Ich lege die mal hier hin. Genau, hier ist übrigens die Auslage. Und diesmal spielen wir mit einer ein bisschen anderen Variante der Auslage, dass ich nämlich gleich Würfel würfel. Dazu habe ich hier, genau, die beiden Würfel, die lege ich auch mir hier hin. Jedes Mal, wenn ich einen Aufdeckzug mache, würfle ich die Würfel und dann entsprechend, welche zahl ich Würfel, werden die dann hier entsorgt, sozusagen. Das ist, dass hier quasi ein bisschen mehr Bewegung drin ist. Genau, das war quasi meine Aktion. Dann ist Grün wieder dran. Grün macht Ernte das Spice. Genau, wie bei der Karte hier steht, würde der grüne Spice jetzt nur ein Agenten entsenden, wenn hier schon extra Spice liegen würde. Da wir in der ersten Runde sind, liegt da natürlich noch nichts. Deswegen müssen wir eine zweite Karte ziehen. Okay, er geht nach Arakken. Das hier oben. Das bedeutet, er kriegt einen weiteren Würfel, den er sofort in den Kampf einsetzt und er zieht einen weiteren rein. Und zusätzlich bekommt er noch seine Ringfähigkeit. Das ist bei ihm jetzt, dass er noch zusätzlich einen weiteren, eine weitere Truppe bekommt. Oder zwei, falls er schon eine Fraktionsallianz hat, hat er aber nicht. Deswegen zieht er den noch mit rein. Das ist natürlich eigentlich gut für mich, weil den Kampf würde er natürlich gewinnen, aber das interessiert mich jetzt gerade gar nicht so. Dann ist der nächste Spieler dran, gelb. Er geht hier unten zu den Främen, bekommt ein Ansehen bei den Främen und weil es ein Kampffeld ist, zieht er auch zwei Leute rein. Gut, dann bin ich dran. Genau, wie eben angekündigt, ich werde euch auf jeden Fall die Karte ausspielen. Das ist die Frage, wo ich damit hingehe. Ich kann jetzt natürlich noch nicht nochmal zu den Bananjuswet gehen. Aber ich könnte mir eine Faltraumkarte holen oder ein bisschen Geld. Hier unten zu den Främen mehr Kämpfer zu kriegen, will ich eigentlich diese Runde noch nicht machen. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal hier zur Raumgilde, bekommt ein Ansehen und bekomme eine Faltraumkarte. Die liegt hier an der Seite. Das ist ja eine Karte, womit ich dann überall hingehen kann. Die kommt auf den Ablagestapel. Gut, damit ist die erste Runde auch schon vorbei und ich mache meinen Aufdeckzug. Die anderen beiden machen natürlich keinen Aufdeckzug. Genau, ich decke die beiden auf, habe eine Kaufkarte von drei. Dann schaue ich mal ganz kurz, was ich kaufen kann. Genau, ich denke, ich kaufe mir dann hier die Genmanipulation für drei. Lässt mich halt jetzt hier eine Karte immer verbrennen oder aus dem Spiel quasi nehmen. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn das früher dran ist, dann kann ich quasi meinen Deck ein bisschen ausdünnen. So, dann am Ende des Aufdeckzuges, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich jetzt auch noch die 1 hier hinlege. Ich mache das einfach mal so und würfel jetzt die beiden Würfel. Genau, drei und fünf, das heißt, ich zähle jetzt von hier runter. Also wird drei und fünf, werden die beiden weggenommen. So, den hätte ich eigentlich ganz gerne gehabt, aber ganz cool, ja gut. Und werden beide neu aufgedeckt. So funktioniert das mit den Würfeln. Ich kann nochmal kurz zeigen, was hier gerade hochgekommen ist. Mordanschlag und Netz der Macht. Gut, dann geht es noch um den Kampf. Kampf, ich nehme ja nicht am Kampf teil, aber ich breche natürlich trotzdem die Kampfstärke von den beiden Agenten. Das sind sechs, also zwölf. Er hat vier. Ich denke mal, der ändert sich jetzt nicht mehr viel, aber ich denke noch eine Karte für grün auf. Bekommt hier kein Extra. Und gelb bekommt nochmal vier. Aber das ändert natürlich nichts. Das heißt, grün hat gewonnen. Das heißt, grün geht hier oben auf der Fach der Leiste einen Schritt nach oben. Bekommt auch ein Spice. Und gelb bekommt drei Solaris. Genau, und dann verlieren die beiden natürlich ihre Truppen. Und es wird zurückgesetzt. Genau, zack. Genau, dann schauen wir die Sandwürmer an. Wir sind ja diese Runde nicht Spice ernten gegangen. Das heißt, hier kommt überall ein extra Spice drauf. Dann die Rückrufaktion. Ich kriege meine beiden wieder. Und gelb auch seine. Dann gibt der Startspieler-Token einen weiter. Das heißt, gelb ist der Startspieler. Und wir beginnen mit der zweiten Runde. Das bedeutet ja, als erstes hier den Konfliktmarker aufdecken. Okay, es geht dieses Mal um Solaris. Das ist eigentlich nicht schlecht. Dann kann man sich hier den Schwertmeister früh kaufen. Das wäre ja eigentlich ganz gut. Genau, ich ziehe fünf Karten. Seht ihr, dass natürlich die fünf Karten ich bisher noch nicht gezogen hatte. Also werde ich auf jeden Fall die Ringfähigkeit einsetzen. Genau. Dann würde ich sagen, beginnt ich mit gelb. Gelb möchte zur Checkverhandlung gehen. Das ist hier oben der oberste. Da würde er sich jetzt was kaufen für einen Discount. Er hat aktuell aber gar keinen Spreis. Deswegen kann er sich die beiden nicht leisten. Also die beiden werden zur Auswahl stehen. Da unten auf den Technologien ist ein kleines Symbol drauf. Hier in der Ecke ist das, ob die Rivalen das quasi kaufen können. Das bedeutet dann, da macht er diese Technologieverhandlung stattdessen. Das bedeutet, hier kommt einer seiner Würfel hin. Beim nächsten Mal ist das dann günstiger. Dann bin ich dran. Ich kann auf jeden Fall auf gelb gehen, um mir ein bisschen Spice zu ernten. Ich kann meine Ringfähigkeit einsetzen. Wenn ich die einsetze, kann ich irgendwo eins runtergehen auf den Leisten hier. Also ich muss irgendwo eins runtergehen und gehe dann stattdessen irgendwo hoch, wo ich so eins von diesen Markern noch habe. Das wäre nicht schlecht, dann könnte ich mir jetzt quasi schon den ersten Marker holen. Weil ich bin ja quasi bei den beiden schon kurz davor. Und das heißt, dass ich dann einen Spice kriegen könnte. Genau, ich sollte auch ein bisschen am Kampf teilnehmen, habe ich das Gefühl. Aber das kann ich ja machen. Genau, das heißt, ich würde vielleicht als erstes... Ich setze... Also ich will auf jeden Fall auf das Spice gehen. Aber die Rivalen gehen immer erst auf das, was am meisten Spice gibt. Das heißt, die würden eh immer hier hingehen. Das heißt, ich mache das nächste Runde erst. Das heißt, dass ich zuerst mit der Ringfähigkeit woanders hingehe. Jetzt die Frage... Ich könnte natürlich... Ja, wobei... Dann mache ich das doch andersrum, genau. Ich gehe doch als erstes hier unten hin. Das heißt, ich spiele diese Karte aus. Gehe hier hin. Wobei ich kann auch eigentlich... Ja, ich gehe da hin. Bezahle das Wasser. Bekomme dann zwei Spice und das Spice hier. Da habe ich insgesamt jetzt drei Spice. Genau, kriege ich die Ringfähigkeit. Das bedeutet, ich gehe hier links auf der Leiste der Benadresset einen runter und dafür hier eins hoch. Das bedeutet, hier kriege ich einen Siegespunkt und ich kriege mein Plättchen. Das kann ich jetzt hier hinlegen. Und wenn ich das hier hinlege, der oberste Effekt sagt, ich darf eine Karte abwerfen und meinen Spice zu kriegen. Das würde ich auch einfach mal machen. Ich hoffe mal, dass ich den Kampf hier nicht brauchen werde, also das Schwert. Deswegen werfe ich die Karte einfach ab und darf mir dann ein Spice nehmen. Und weil es ein Kampffeld ist, dann bin ich hier gerade hingegangen, schiebe ich die beiden rein. Genau, das war dann die Karte abgehandelt. Dann ist Grün dran. Grün geht als erstes und holt sich ein Schlachtschiff. Und zwar geht er hier hin, das ist natürlich nicht so gut, aber schauen wir mal. Er macht ein Schlachtschiff und versucht eine Technologie sich zu holen. Das heißt, ein Schlachtschiff kommt erstmal in seinen Vorrat zum Glück. Ohne Technologien kann er sich nicht leisten aktuell, weil er nur ein Spice hat und das günstigste in drei kostet. Das bedeutet, die Karte ist damit dann abgehandelt. Dann sind wir bei Gelb. Gelb möchte Spice ernten. Das bedeutet, er geht jetzt auf den, weil hier was extra liegt, geht er auf jeden Fall dahin. Und geht da, wo die Gesamtmenge an Spice die höchste ist. Das heißt, er geht dahin und bekommt dann auch drei Spice und das Spice, was hier liegt. Damit ist die Karte abgehandelt. Dann bin ich dran. Genau, mein Plan war jetzt ja, dass ich hier, genau, schon auf der Raumgelde auf der 2 stehe. Durch meinen Effekt von gerade eben, weil ich ja hier runtergegangen bin. Dadurch kann ich jetzt diese Karte ausspielen und kann mit meinem zweiten Agenten hier oben hingehen. Da brauche ich ja zwei Einfluss, um da hingehen zu können. Die habe ich ja. Und ich würde mal sagen, ich gehe einfach direkt mal zwei Schritte nach oben. Ich gehe vielleicht gleich sogar nochmal einen Schritt nach oben, um mir Technologien kaufen zu können. Das ist, glaube ich, was Gutes bei ihm. Gut, das war mein zweiter Agent. Das heißt, jetzt ist noch grün dran zum Schluss. Grün geht zu den Främen. Das heißt, bekommt einen Ansehen bei den Främen. Kriegt zwei Einheiten, das ist natürlich jetzt gar nicht gut für mich. Die schickt er nämlich auch sofort rein. Und er holt sein Schlachtschiff nach, da er bis zu zwei Einheiten nachziehen kann. Das heißt, da werde ich den Kampf wahrscheinlich verlieren. Oder garantiert verlieren, genau. Dann sind wir fertig. Dann mache ich meinen Aufdeckzug. Ich habe hier noch drei Kaufkraft quasi. Ich meine, Mordanschlag wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, ich kaufe einfach mal den Mordanschlag und den imperialen Spion. Genau, kosten drei zusammen. Eigentlich ist es irrelevant, wenn ich die vorher auffülle, wenn ich die dann wegwerfe, weil die sehe ich ja eh nicht. Also werde ich einfach so würfeln. Das heißt, die zwei, wenn ich ein Pasch werfe, dann sind quasi einfach nur die zwei, also nur die eine Karte wird weggeworfen. Und dann wird aufgefüllt wieder. Ja, genau, zeige ich noch mal ganz kurz hier. Also viele Bene Gesserit-Karten. Und davon habe ich ja auch eben schon, habe ich ja eine gekauft eben. Genau, eben habe ich ja die eine Karte gekauft. Das heißt, das ist ganz gut, wenn ich mehr von den Bene Gesserit-Karten bekomme. Genau, dann berechne ich noch meine Kampfstärke. Die hat vier. Die vom grünen Spieler ist jetzt sieben. Und der grüne Spieler deckt noch eine Karte auf. Das heißt, er bekommt nochmal zwei Schwerter dazu. Ich habe jetzt, würde eh nicht reichen, aber jetzt könnte ich noch beispielsweise diese Intrigen-Karte ausspielen. Aber genau, brauche ich in dem Fall auch zwei Geld für und würde auch gar nicht reichen. Deswegen belassen wir das so. Dann, genau, bekommt der grüne Spieler sechs Solaris. Also noch einen mehr, dann würde er die Solaris einwechseln gegen einen Siegespunkt. Ich bekomme vier Solaris. Genau, meine Einheiten sind kaputt. Die sind kaputt. Schlachtschiff hat jetzt gewonnen. Das heißt, das platziert er hier drauf. Als erstes geht er immer auf das imperiale Becken. Das bedeutet, hier, genau, wenn es hier einer hingeht, kriegt er noch ein Spice zusätzlich. Dann machen wir als nächstes die Sandwürmer. Die beiden Plätze sind ja belegt, aber hier kommt noch einer hin. Also das ist jetzt natürlich auch ein interessantes Feld. Drei Spice sind natürlich nicht schlecht. Dann holen wir unsere Agenten zurück. Es war jetzt ein bisschen unglücklich, dass ich jetzt den Kampf doch nicht gewonnen habe, aber ich denke mal, das ist auch alles in Ordnung. Ja, einheitenmäßig sieht es natürlich mager aus bei allen, aber okay. Genau, Rückruf. Dann beginnt auch damit die nächste Runde, beziehungsweise der Startspieler geht zu mir. Das heißt, ich darf anfangen. Und genau, schauen wir mal, welche Konfliktkarte ich habe. Es geht um eine Karte vernichten und einen Siegespunkt. Okay, das ist natürlich schon mal interessant. Und ich muss meine Karten mischen und ziehe mir dann fünf Karten. Gut, dann schauen wir mal, ob ich irgendwas Neues habe. Genau, also die gerade eben gekauften Karten habe ich. Also erstmal das sind die Basiskarten, das auch. Diesen Mordanschlag. Wenn diese Karte entsorgt wird, bekomme ich vier Geld. Das kann natürlich gut sein. Entsorge diese Karte und dann kriege ich eine Intrigenkarte. Damit kann ich zum Imperator gehen. Gut, dann sollten wir mal, sollte ich mal überlegen, was für einen Plan ich als nächstes habe. Gut, wer glaube ich, wenn ich hier nochmal hingehe. Wobei habe ich gelb, ja gelb hätte ich. Ich könnte da ganz gut hingehen, um mir hier die Technologie zu holen. Und natürlich alle Effekte zu aktivieren. Das wäre, glaube ich, wirklich nicht schlecht. Und dann vielleicht noch zum Imperator zu gehen, dann kriege ich auch einigermaßen viel Geld und kann mir nächste Runde den Schwertmeister kaufen, tatsächlich. Ja, das hört sich mal noch ein Plan an. Genau, ich spiele die Karte aus und gehe mit meinem Agenten hier hin. Zwei Einfluss in der Raumgelbe habe ich ja. Das heißt, mit dem ersten gehe ich einen nach oben und mit dem dritten hole ich meinen Frachter zurück. Dann kriege ich alle Effekte hier oben. Als erstes kann ich mir eine Technologie kaufen, für zwei weniger. Also im Kampf teilnehmen werde ich jetzt gerade nicht. Deswegen ist irgendwie, ich kann dir auch mal ganz kurz zeigen hier. Der ist halt ganz gut, wenn ich da jetzt auf ein Kampffeld gegangen wäre, da ich die sofort reinsetzen kann. Die Fähigkeit ist natürlich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Dann muss ich halt eine Karte immer abwerfen, wenn ich die aktivieren will. Die hier bedeutet im Prinzip, könnt ihr euch kurz durchlesen, dass ich das, wenn ich mit einem Schachtschiff gewinne, das quasi aus dem Spiel nehme oder wieder zurücknehme, um einen Siegspunkt zu kriegen. Und das hier finde ich aber auch nicht schlecht. Immer vier Schwerter. Aber den Sitz im hohen Rad werde ich nächste Runde vermutlich nicht schaffen. Deswegen, ich glaube, ich nehme einfach mal die hier. Das heißt, ich zahle hier oben ja zwei weniger. Das heißt, ich muss noch drei Spice bezahlen. Die kommt zurück. Das Plättchen lege ich mal hier hin. Dann kriege ich sofort vier Truppen. Genau, das war das. Als nächstes kann ich aussuchen, ob ich irgendwo eins hoch... Ja, genau, ich kriege noch mal zwei Truppen. Ist ja nicht auch so, ist kein Oder. Also kriege noch mal zwei Truppen. In dem Fakt hier und irgendwo gehe ich eins hoch. Dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich hier beim Imperium eins hochgehe. Oder beim Imperator. Weil da plane ich jetzt ja gleich hochzugehen. Und dann gleich erreiche ich dann das Zwei und kriege meinen nächsten Schlüssel. Dann genau war das das. Und mit dem letzten werde ich mir jetzt auf jeden Fall fünf Solaris nehmen. Weil dann habe ich gleich genug, um meinen Schwertmeister zu holen. Das bedeutet aber auch, dass alle Mitspieler ein Solaris kriegen. Äh, achso, genau, nur einen. So, zack. Das bedeutet auch, dass er jetzt sieben hat. Das heißt, die setzt er sofort ein. Ich glaube, da muss er nicht mal für am Zug sein, um einen Siegespunkt zu kriegen. Gut, damit ist meine Frachtaktion da oben abgehandelt. Und der grüne Spieler ist dran. Der grüne Spieler geht nach Araken. Das bedeutet, er bekommt eine Truppe. Seine Ringfähigkeit gibt ihm nochmal eine Truppe. Die schickt ihr beide quasi auch sofort in den Kampf. Ja, das ist eigentlich schade, dass ich jetzt den Kampf gar nicht mich beteiligen werde, vermutlich. Aber, na, schauen wir mal. So, dann ist aber erstmal der Gelbe dran. Genau, der Gelbe geht nach Katak. Bekommt sofort eine Truppe, die auch in den Kampf reinschiebt. Und holt noch eine Truppe nach. Und jetzt bin ich dran. Genau, mein Plan war jetzt ja eigentlich hiermit... Ähm, äh, genau. Mein Plan war, zum Imperator zu gehen. Um die Intrigenkarte zu nehmen und quasi da den zweiten Punkt zu kriegen. Und den zweiten Schlüssel wäre vielleicht wichtiger. Alternative ist jetzt natürlich mit der Karte hier hinzugehen, um drei Spice zu kriegen. Und dann am Kampf teilzunehmen. Aber da bin ich mir nicht sicher. Da werde ich vermutlich eh nicht gewinnen. Ja, ich hätte zwar die Option, das hier einzusetzen. Ja, wir haben ja dann alle zwei. Dann ist bei allen Gleichstand. Und, äh, und die sind da eh nochmal dran auch. Also ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn ich einfach, ähm, zum Imperator gehe. Das heißt, ich spiele die Karte aus. Gehe dann mit meinem Agenten hier oben zum Imperator. Ja, ich hätte natürlich auch da das obere eben machen können. Aber gut. Habe ich nicht. Ach genau, ich muss wahrscheinlich hier die nächste Technologie umdrehen. Ich glaube, die, ach genau, das ist die Dinge, die ich mir im letzten Mal geholt habe. Hat irgendwie nicht geklappt. Ich gehe da oben hin, kriege dann zwei Solaris. Dann kriege ich einen Ansehen beim Imperator. Dadurch kriege ich einen Siegespunkt. Und ich kriege meinen zweiten Schlüssel. Außerdem entsauge ich die Karte hier für eine Intrigenkarte. Ich zeige euch mal jetzt erst die Intrigenkarte. Ja, ein bisschen schlecht. Eins, zwei, eins ausgeben, um einen Frachter zu bewegen. Brauche ich aktuell, glaube ich, noch nicht. Und der Schlüssel kommt jetzt hier hin. Erhalte den Bonus der Einflussleiste dieses Plättchens. Genau, habe ich ja von da genommen. Der Bonus hier oben ist, dass ich zwei Truppen sofort bekomme. Also muss ich gleich auf jeden Fall mal am Kampf teilnehmen. Genau. Dann war das eigentlich meine Aktion. Dann ist grün dran. Grün geht und holt sich mehr Truppen. Er bekommt drei Truppen, die er auch sofort in den Kampf setzt. Und kriegt ein Ansehen bei der Raumguilde. Und dann ist gelb dran. Gelb geht zum Faltraum. Bekommt ein Ansehen auch bei der Raumguilde. Und das war's. Gut, dann machen wir mal den Aufdeckzug von mir. Ich kriege hier erstmal ein Solaris. Das Schwert bringt mir natürlich nichts. Ich habe auf jeden Fall genug Solaris. Habe ich drei Kaufkraft. Für drei kaufe ich mir... Was steht hier auf der Karte? Zwei Einfluss. Eine Karte abwerfen. Wähle eins. Der anderen hochging. Hört sich erstmal ganz gut an. Also würde ich sagen, den kaufe ich mir für zwei. Ist zwar ein bisschen Vergeudung, aber... Ja, ich meine, den anderen kann ich mal für drei kaufen. Noch habe ich auch nicht zwei Einfluss herkommen. Ich umge erstmal den für drei. Dann würfel ich einmal... ...die 5 und die 2. Gut, dann ist das erledigt mit der Karte. Und ich decke neue Karten auf. Hier kriegt man jetzt mal Fachter-Symbol. Das ist natürlich nicht schlecht. Karte ziehen. Und ist auch Ben & Jesuit. Und Lady Jessica. Wenn man die kauft, kriegt man sofort irgendwo ein beliebiges Ansehen. Das ist natürlich auch gut. So, dann berechnen wir auch die Kampfstärke. Was haben wir hier? 5, also sind das 10. Dann der andere hat 4. Dann drehe ich nochmal eine Karte um. Ändert vermutlich wieder nichts. Zuerst grün, kriegt 3 nochmal dazu. Und dann... Gelb kriegt noch 2 dazu. Das heißt, grün hat wieder mal gewonnen. Das heißt, grün bekommt einen Siegespunkt. Karte vernichten kann er natürlich nicht. Führigt an seine Leute. Bekommt aber sein Schlachtschiff von hier zurück. Gelb verliert die beiden. Bekommt einen Spice und ein Wasser. Genau, gelb. Einen Spice und ein Wasser. Okay, dann werden die zurückgesetzt. Dann schauen wir uns als nächstes die Sandwürmer an. Die gehen wieder überall hin. Also, ich schätze mal, nächste Runde muss ich wirklich hier mir die Spice holen. Das ist eigentlich jetzt zu gut. Dann nehme ich mir... Ah, ne, genau, den nicht. Gelb zurück und grün zurück. Dann muss ich den Startspieler-Token weitergeben. Und dann beginnt die nächste Runde. Genau, beginnt wieder mit dem Konfliktstapel. Diesmal geht es darum, den Mentant zu bekommen, eine Intrink-Karte und zwei Geld. Den können tatsächlich auch die Rivalen benutzen, glaube ich. Die haben dann einfach einen Agent mehr. Ja, genau. Und ich habe jetzt hier die freigedeckt. Das heißt, die Rivalen haben jetzt einen dritten. Genau, und ich muss noch fünf Karten ziehen. Startspieler habe ich ja weitergegeben. Ja, könnte ich auf jeden Fall hier mit mir das Spice holen. Das wäre gut. Und mit der schaue ich gleich mal. Die anderen sind irgendwie... Meh, nicht so gut. Gut, fangen wir mit grün an. Grün beginnt und geht zu den Bene Gesserit. Gelb, kriegt ein Ansehen und das war's. Gelb geht zu den Fremen. Bekommt hier ein Ansehen, bekommt hier dann auch einen Siegespunkt. Den ersten. Und genau, würde jetzt noch Truppen reinsetzen. Hat aber keine, deswegen passiert da nichts. Dann bin ich dran. Ich denke mal, ich muss mir ja auf jeden Fall meinen Agenten holen. Aber das kann ich gleich mit der Karte machen. Das heißt, ich sichere mir auf jeden Fall mal das Spice. Mit der Karte gehe ich hier hin, bekomme die drei Spice und noch ein Spice oben drauf. Also vier. Kriege dann meine Siegelringfähigkeit. Und da würde ich tatsächlich, genau, kann ich irgendwo wieder runtergehen und hochgehen, wo ich noch so einen Schlüssel habe. Das bedeutet, ich gehe mal beim Imperium 1 runter und gehe hier bei Bene Gesserit einen hoch. Ach, ich bin mit der falschen Farbe gegangen. Ach, ich bin da noch gar nicht da. Ich bin da ganz unten. Ja, mache ich aber trotzdem mal. Ich gehe beim Imperium 1 zurück. Dann verliere ich einen Siegespunkt wieder und gehe bei Bene Gesserit einen hoch. Ja, mache ich einfach mal. Oder soll ich bei den Fremen hochgehen? Bei den Fremen hochgehen ist halt das Gute, dass die beiden hier unten Kampffelder sind. Das wäre ja eigentlich nicht schlecht. Das eine ist jetzt halt schon belegt. Ja, komm, vielleicht gehe ich doch bei den Fremen 1 hoch, in der Hoffnung, dass ich hier das als meine dritte Aktion machen kann, da hinzugehen. Genau, den Siegespunkt habe ich verloren, weil ich hier oben runtergegangen bin wieder. Genau, das war dann die Karte. Ah, genau, nicht Kampffeld, das heißt, das 2 rein schicken. Das mache ich natürlich auch. Ich habe so viele Truppen, die können auf jeden Fall mal rein. Dann ist Grün dran, zweite Aktion. Grün macht Verschwörung. Kriegt zwei Truppen. Und ein Ansehen beim Imperator. Und Gelb geht zum Wohlstand. Wohlstand ist auch hier oben, kriegt auch ein Ansehen. Und das war's. Gut, dann werde ich auf jeden Fall jetzt natürlich mehr den Schwertmeister holen. Das heißt, ich spüle die Karte aus. Gehe damit nach Grün. Gehe dann hier oben hin. Bezahle acht. Acht Solaris. Dann habe ich jetzt noch vier übrig. Und kriege den Agenten, äh, den Schwertmeister oder den dritten Agenten, den ich jetzt auch einsetzen kann, sofort die Runde. Genau, das, denke ich, macht auf jeden Fall Sinn. Dann, ähm, war das meine zweite Aktion. Da passiert sonst nichts. Dann ist, ähm, der grüne Spieler dran. Kartak geht da hin. Schiebt jetzt zwei Einheiten ein. Schiebt natürlich zuerst das Schlachtschiff rein. Und kriegt auch noch eine Truppe, die ihn eher auch sofort reinsetzt. Okay. Und der gelbe Spieler geht hier hin. Und bekommt ein Ansehen bei den Benedicter Threat. Gut, dann, ähm, genau, würde ich sagen, mache ich das doch mal. Ähm, mit der Karte gehe ich dann zu den Främen. Ich könnte mir ein Wasser auch holen. Ich habe ja die Fähigkeit, hier mein, ähm, Plättchen einzusetzen und damit Agenten von, von Gegnern zu ignorieren. Das heißt, ich könnte auch da runter reingehen. Äh, muss ich sogar. Ich habe ja gar kein Wasser. Hier oben muss ich ja ein Wasser bezahlen. Das bedeutet, ich werfe dann diese Karte ab. Das heißt, gegnerische Agenten, äh, kann ich ignorieren. Das heißt, ich kann mit meinem Agenten hier mit drauf gehen. Das ist erstmal ein Kampffeld. Das heißt, ich darf zwei Einheiten reinziehen. Ja genau, und das Plättchen muss ich natürlich jetzt umdrehen. Das darf ich nur einmal benutzen im Zug. Äh, ich bekomme ein Wasser. Und gehe hier dann einen Schritt nach oben. Bekomme dadurch einen Siegespunkt und meinen dritten Schlüssel. Äh, hier steht dann, erhalte einen Einfluss auf der Einflussleiste dieses Plättchen. Das heißt, ich kriege einen Einfluss hier direkt nochmal bei den Bandit Gesserit. Genau. Das ist nicht schlecht. Dann hoffe ich, dass meine Kampfstärke hier reicht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben gegen acht. Gut, aber im Zweifelsfall lege ich das Sätzchen halt, äh, diese Karte ein. Gut, dann mache ich noch meinen Aufdeckzug. Äh, genau, weil ich in der Karte abwerfen musste, habe ich jetzt eigentlich nur noch die. Ähm, es gibt aber zum Glück was für zwei. Ich denke mal, die Karte finde ich gar nicht schlecht. Äh, damit kann ich garantiert zu den Bandit Gesserit gehen, weil hier ja auch so ein kleines Ignoriere, die gegnerisch ein Agentensymbol ist. Und Karten vernichten, finde ich eigentlich immer gut. Das heißt, ich komme mit dem für zwei. Dann würfel ich einmal die Würfel. Äh, und die Karte vier. Gut, die ist eh schon weg, deswegen passiert nix. Und hier kommt eine neue Karte hin. Gut, dann wird gekämpft. Ich mache die, genau meine Kampfstärke, wie gesagt, ist acht. Die von grün ist sieben. Dann decke ich jetzt noch eine Karte für den grünen auf. Das heißt, er zieht gleich mit mir auf acht. Das bedeutet, wir würden jetzt beide eine Intrigenkarte und zwei Solaris bekommen. Ich könnte jetzt aber die Karte ausspielen, um zu gewinnen. Dann würde ich den Mentant bekommen und kriege dann nächst so quasi eine Aktion mehr. Ich würde sagen, das mache ich einfach mal. Das heißt, ich gebe hierfür zwei Solaris aus. Setze die Karte ein und kriege dann nochmal vier dazu. Dann bin ich bei zwölf. Ja. Schauen wir mal, ob das die richtige Entscheidung war. Aber ich glaube, ich mache das jetzt mal. Damit habe ich den Kampf dann gewonnen. Das heißt, ich kriege den Mentant, bekomme eine Intrigenkarte und zwei Solaris. Genau, auf der Intrigenkarte. Auch nicht schlecht, zwei Schwerter. Und falls ich diesen Konflikt gewinne, kriege ich zwei Solaris. Ich kann ein bisschen hochrutschen hier. Solaris habe ich mir, glaube ich, schon genommen. Genau. Dann kriegt der grüne Spieler auch noch eine Intrigenkarte. Also, wenn er noch eine kriegt, dann kriegt er einen Siegespunkt dann. Und er kriegt zwei Solaris. Und die sind alle kaputt. Und die beiden sind kaputt. Schlachtschiff hat er nicht gewonnen, deswegen geht er zurück hier ein. Dann schauen wir noch nach den Sandwürmern. Die gehen hier hin und da hin. Und dann wird zurückgerufen. Wir alle haben drei Agenten. Gelb. Und grün. Gut, dann geht noch der Startspieler-Token zum gelben Spieler. Der fängt jetzt an. Genau, wir beginnen die nächste Runde. Das setze ich zurück. Und genau, es beginnt mit Runden beginnen. Ich darf zuerst Karten ziehen. Drei Karten. Hier wird noch eine aufgedeckt. Und dann muss ich kurz mischen. Es geht um ein Ansehen und zwei Intrigenkarten. Also die Intrigenkarten finde ich echt ganz gut gegen die Rivalen, weil man dann noch abwarten kann, wie viel Stärke die tatsächlich dann haben. Und dann noch die, wie gerade eben, die Intrigenkarten einsetzen kann. So, schauen wir mal, was ich gezogen habe. Okay, ich habe eigentlich mal die Karte hier gezogen. Aber ich habe keine weitere Ben & Jusselt-Karte. Aber mit dem kann ich eine Karte ziehen. Schauen wir mal. Über den Pfeiltraum kann ich überall hingehen. Oder mit dem kann ich zum Frieden gehen. Gut, dann beginnt aber der gelbe Spieler. Der geht nach Arakken. Bekommt eine Truppe und schickt die sofort in den Kampf. Und er kriegt auch endlich mal seine Fähigkeit. Und das heißt, er bezahlt ein Solaris und bekommt dafür eine Intrigenkarte. Dann bin ich tatsächlich dran. Genau, ich habe diese Runde vier Aktionen, weil ich ja den Mentant bekommen habe. Wie sieht mein Plan aus? Karten ziehen wir eigentlich nicht schlecht, weil dann, also die Hoffnung ist, ich habe ja noch eine Ben & Jusselt-Karte. Wenn ich noch eine weitere spiele, hat die hier einen besonderen Effekt. Das heißt, vielleicht ist es erstmal ganz gut, irgendwo hinzugehen. Kämpfen sicherlich nicht schlecht. Mehr Spice sammeln. Technologien, weiß ich gerade gar nicht, ob ich irgendwelche von den Technologien kaufen will. Ich könnte natürlich auch hier zwei Frachter-Symbole mir nehmen. Das wäre auch nicht schlecht. Hiermit könnte ich das dann auch mit der Karte direkt ein-cachen. Aber ich würde mal sagen, als erstes, ja, ich gehe einfach mal zu, zu den Fremen wäre eigentlich am besten zuerst zu gehen. Ja, wobei ich muss unbedingt auf jeden Fall Karten ziehen. Das heißt, ich könnte ja vielleicht auch hier hingehen mit dem Wasser. Ja, genau. Dann fange ich das mal an. Ich setze die Karte ein und gehe damit zu den Fremen. Damit gehe ich dann und hole mir ein Wasser. Das heißt, es ist ein Kampffeld, das heißt, ich darf zwei reinziehen. Ich klicke ein Ansehen bei den Fremen, bekomme dadurch auch nochmal ein Wasser. und genau, kriegt das Token, das gibt mir einen Siegespunkt. Zack. Genau, dann kann ich noch eine Karte vernichten oder aus dem Spül nehmen, wegen dem Effekt hier. Da würde ich jetzt mal eine der Anfangskarten nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal den Dolch hier und tue den aus dem Spül. Das war's damit. Habe ich irgendwas vergessen? Einheiten reingezogen, Ansehen genommen, zwei Wasser genommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mir eben das Wasser hier habe. Habe ich das rausgegeben? Dann bin ich fertig. Dann ist der grüne Spieler dran. Der geht Spice sammeln. Der geht dahin, wo die meiste Summe ist. Das heißt, er geht hier hin, kriegt also insgesamt fünf Spice. 3 plus 2. Dann ist Gelb dran. Genau, das ist ein Schammfeld, das heißt, er zieht seine Einheiten rein. Dann ist Gelb dran. Gelb geht auch Spice sammeln. Damit hat sich auch erledigt, dass ich auf jeden Fall nicht Spice sammeln gehe. Er kriegt vier insgesamt, das heißt, ich nehme einen weg und gebe ihn mit einem Fünfer. Er hat jetzt das Limit hier erreicht, aber mit der Weiterung ist es so, dass er die sieben für einen Siegespunkt jetzt nicht sofort macht, weil er kann ja noch Technologien hier oben kaufen. Das heißt, genau, das macht er jetzt erstmal nicht. Das macht er dann, wenn hier ein Konflikt der Stufe 3 aufgedeckt wird, dann würde er es erst machen. Ist auch ein Kampffeld, hat da nichts zum reinziehen. Das heißt, er ist fertig. Dann bin ich dran. Dann würde ich tatsächlich die Karte einsetzen, den Faltraum. Dadurch darf ich erstmal eine Karte ziehen und ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, aber ich mache es einfach mal. Gehe ich hier hin, muss ich zwei Wasser für bezahlen. Das mache ich auch. Zwei Wasser. Ist ein Kampffeld, das heißt, zwei Einheiten reinziehen. Der Faltraum wird zurückgelegt und ich darf mir dann jetzt hier drei Karten ziehen. Hoffnung ist natürlich, dass ich meine zweite Banner Gesserit Karte ziehe. Das ist leider nicht passiert. Damit ich quasi da den Effekt von der anderen Karte nutzen kann. Aber gut, jetzt habe ich zumindest Optionen. Genau, das war das. Dann ist der grüne Spieler dran. Der grüne Spieler hat 0 bis 1 Einfluss, das heißt, er geht auf den Faltraum und bekommt dann ein Ansehen und hier ein Siegespunkt. Okay. Dann ist der gelbe Spieler dran. Falls er nicht zwei Einfluss hat, hat er nicht. Decke eine neue Karte auf. Okay. Das war tatsächlich auch die letzte Karte im Stapel, das heißt, das muss ich einmal gerade neu mischen. Okay. Ernten geht er auch nicht, weil hier kein extra Spice liegt. Hier kann er nicht hingehen, weil da stehe ich schon. Hier kann er aber hingehen. Das heißt, er geht hier hin, bekommt eine Truppe sofort in den Kampf und das war's. Okay, dann bin ich dran. Bisschen die Frage, wo ich jetzt als nächstes hingehe. Prinzipiell wäre es natürlich gut, bei der Just Red hier den Schlüssel zu kriegen. Das ist auch gar nicht so verkehrt, dann kann ich mir Karten ziehen. Ich meine, im Zweifelsfall kann ich mir hier oben was Teures kaufen. Vielleicht komme ich auch hier auf die 7 und kann mir das kaufen, weil je mehr Karten ich habe am Ende zum Aufdecken, desto mehr Punkte hier unten habe ich natürlich. Das bedeutet, ich setze Diplomatie ein und gehe mit meinem dritten Agenten dann hier oben hin. Das kostet mich zwei Spice. Spice habe ich ja zum Glück. Dadurch bekomme ich ein Ansehen und dann darf ich eine Karte vernichten, um zwei Karten zu ziehen. Ich vernichte jetzt einfach mal die Basiskarte hier. Die brauche ich nicht. Komm weg und ich ziehe zwei Karten. immer noch nicht bekommen. Gut. Ansehen habe ich bekommen. Das habe ich gemacht. Genau. Dann bin ich durch. Dann ist der grüne Spieler dran. Hier kann er nicht hingehen. Da steht schon der gelbe. Verschwörung. Da kann er hingehen. Kriegt ein Ansehen. Dadurch bekommt er ein Ansehen, äh, einen Siegespunkt. Und er bekommt zwei Truppen. In die Garnision zum Glück erstmal nur. Und der gelbe Spieler hat schon seinen dritten eingesetzt. Er war ja Startspieler. Genau. Weil ich jetzt noch meinen Tant habe, habe ich noch eine Aktion übrig. Das bedeutet, die Frage ist, was ich machen will, möchte. Ich könnte jetzt die Ringfähigkeit einsetzen, um hier, ähm, quasi hoch zu gehen, wo ich aktuell noch einen Schlüssel habe. Dann könnte ich quasi hier nach oben gehen. Ähm, ich schaue nochmal gerade, ob ich irgendwie auf sieben komme. Das wäre natürlich gut, wenn ich die Lady Jessica Karte ziehen kann. Ähm, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also so hätte ich sieben, wenn ich jetzt alle behalte, sozusagen. Dann könnte ich mit der Karte, kann ich aber leider nirgendwo hingehen. Dann müsste ich jetzt meinen letzten Zug quasi ignorieren. Oder hier oben zur Technologieverhandlung gehen. Das wäre natürlich auch eine Idee, auf die Technologieverhandlung zu gehen. Ja, 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 da kann ich mir nämlich auch eine Technologie kaufen für uns günstiger. Ich nehme nicht mehr am Kampftal dann. Also aktuell bin ich im Vortsprung. Wenn ich ein bisschen Glück habe, schaffe ich es mit dieser Karte, den grünen Spieler zu, zu besiegen, sozusagen. Genau. Ja, ich versuche es einfach mal. Ja, also ich spiele meine, also spiele ich die Karte jetzt aus, hier muss ich eigentlich, Äh, Ich spiele ich meine Ringfähigkeit aus, ähm, um mit dem, meinen Tant hier oben hinzugehen. Da gibt mir nämlich das oben eine Kaufkraft. Dadurch habe ich immer noch sieben, obwohl ich jetzt quasi hier gleich ein weniger aufdecke. Äh, da oben kann ich mir jetzt eine Technologie für eins weniger kaufen. Ja, und ich frage jetzt, soll ich jetzt irgendwie das hier versuchen? Ähm, oder kaufe ich mir was anderes? Ich meine, das Teuerste, was ich mir kaufen kann, ja, wäre eigentlich das. Ich kriege einen Discount von einem. Schlachtschiffe plane ich aktuell irgendwie mir nicht zu holen. Deswegen ist die, äh, äh, zweite ist irgendwie nicht so gut. Und den, Memo-Corder hatte ich ja beim letzten Mal irgendwie schon. Deswegen würde ich eigentlich mal sagen, ja, ich denke mal nächste Runde komme ich in den hohen Rad rein. Da muss ich versuchen das zu tun. Ja, komme ich den hier. Äh, kostet mich drei. Also einen weniger, ne, wegen dem Effekt da oben. Äh, genau, und beim Aufdeckzug kriege ich jetzt immer vier Kampf, sofern ich dann einen Sitz im hohen Rad Rabe habe. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall nächste Runde versuchen. Äh, genau, zusätzlich hatte ich jetzt natürlich meine Ringfähigkeit hier noch. Das bedeutet, ich gehe irgendwo einen runter, um woanders einen hoch zu gehen, wo ich noch einen Schlüssel habe. das heißt, ich gehe wahrscheinlich am besten, ja, beim Imperium ein zurück und gehe dann bei den Banagessret ein hoch. Genau, das war die Karte. Ähm, genau, weil ich hier hochgegangen bin, kriege ich erstmal einen Siegespunkt und, äh, ich habe den letzten Schlüssel, äh, erhalte den Bonus der Einflussleiste, dieses Plättchen und einen Einfluss auf der Leiste. Das heißt, ich kriege bei Banagessret direkt noch einen Einfluss und den Bonus. Das ist die, äh, eine Intrigenkarte. Das ist sie. Setze beliebig viele Truppen aus deiner Garnison in den Konflikt ein. Hm. Das ist natürlich nicht schlecht. Also aktuell ist es noch mein Zug. Ich könnte jetzt meinen anderen reinsetzen, um dann recht sicher zu gewinnen. Hoffentlich. Also aktuell habe ich einen Vorsprung von einem. Ja, ich denke, ich mache das mal. Ich setze sie ein. Jetzt direkt. Äh, ich bin noch am Zug. Setze beliebig viele Truppen aus deiner Garnison in den Konflikt ein. Äh, das heißt, ich schiebe den noch nach. Damit habe ich dann hoffentlich den Kampf, äh, ja, relativ sicher in der Tasche. Genau, das war der Bonus von meinem, äh, Schlüssel hier. Dann mache ich jetzt meinen Aufdeckzug. Genau. Ähm. Genau, ich bekomme die Sachen alle. Das heißt, äh, erst mal einen Solaris. Und, äh, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs und hier oben sieben. Das bedeutet, ich kann mir dann Lady Jessica kaufen. Ähm, sobald ich mir die kaufe, bekomme ich sofort einen Ansehen irgendwo. Macht das natürlich total Sinn, bei Ben and Jesuit einen hochzugehen. Da kriege ich nämlich noch einen Siegespunkt und eine Intrigenkarte. Ähm, genau, was sie hier. Je drei oder mehr Einfluss auf drei Einflussleisten, je drei oder mehr Einfluss auf vier Einflussleisten. Okay, sollte wahrscheinlich zumindest das obere versuchen zu schaffen. Und da sieht er gar nicht so schlecht aus, so brauche ich eigentlich nur einen Einfluss hier, dann habe ich das ja schon gefüllt. Genau, dann, ähm, hab ich Lady Jessica jetzt gekauft. Genau, ich würfel einmal hier, äh, was wegkommt. Die drei und die fünf, die fünf ist schon weg, das heißt, die drei kommen weg. Und ich lecke jetzt mal neue auf. Äh, ganz sicher, kurz. Ich stimme der hier. Gut, dann, genau, kommen wir zum Kampf. Meine Kampfstärke ist zehn, die Kampfstärke ist fünf. Das kommt ein bisschen auf an, was er jetzt noch umdreht, aber sollte eigentlich, okay, gar nichts. Das heißt, den einen hätte ich mir sparen können, aber gut, lieber auf Nummer sicher gehen. Äh, ich könnte den einsetzen, um zwei Geld zu kriegen. Ich bin aber eh schon bei fünf und fünf brauche ich ja, um mir da oben den Sitz im hohen Rad zu holen. Hätte ich jetzt nicht genug Geld, würde ich das vielleicht tun, aber ansonsten spare ich mir das. Vielleicht helfen die zwei Schwerter ja später nochmal. Äh, genau, das heißt, ich habe den Kampf gewonnen. Ähm, das bedeutet, ich kriege irgendwo ein Ansehen, das heißt, ich gehe jetzt mal, ähm, hier nach oben. ne, weil dann kriege ich ja meine, meine, ähm, meinen Einsägespunkt durch die, ähm, Intrigenkarte hier. Äh, und ich kriege zwei weitere Intrigenkarten. Äh, wenn du einen Konflikt gewinnst, gelb eigentlich noch aufdecken müssen, habe ich ganz vergessen, der war ja auch am Kopf beteiligt, der gewinnt, kriegt nämlich noch drei dazu, eins, zwei, drei. Das heißt, jetzt, äh, ist tatsächlich der, ähm, der gelbe Zweiter. Das heißt, der grüne hat nichts, äh, der gelbe wird Zweiter. Dritter wird nicht vergeben quasi, im Spiel zu dritt, äh, quasi der letzte, geht immer leer aus. Ähm, er kriegt jetzt eine Intrigenkarte und ein Spice, äh, Intrigenkarte, dann hat er quasi drei Intrigenkarten und dann kriegt er stattdessen einen Siegespunkt. Genau, dann wird das zurückgesetzt. Dann gucken wir uns Sandwürmer an. Äh, hier war keiner, da kommt keiner hin. Dann machen wir Rückruf. Äh, dann brauche ich. Und dann können wir die nächste Runde beginnen. Äh, Startspieler bin ich dann wieder. Genau, Runden beginnen, ich muss fünf Karten ziehen. Ich bin jetzt quasi schon komplett wieder durch mein Deck. Ich habe irgendwie so viele Karten gezogen. Und mein Deck ist das auch, äh, gar nicht so dick mehr, was ganz gut ist. So, was habe ich hier? Äh, Mordanschlag, meine Jesuit-Karte, meine Ringfähigkeit ist jetzt eigentlich irrelevant, weil die zieht quasi nur, wenn ich noch nicht alle Schlüssel habe. Das heißt, die kann ich jetzt eigentlich ignorieren, die Ringfähigkeit. Das bringt mir quasi nichts mehr. Also werde ich jetzt, äh, genau, muss ich mal schauen, was ich genau mache. ähm, äh, genau, eine neue Konfliktkarte. Ähm, genau, es geht im Kampf von Araken, also da wird dann diese, ähm, Plättchen platziert, die Fahne platziert. Genau, Ziel sollte ja eigentlich sein, dass ich zum Hohen Rat gehe und Ziel sollte sein, dass ich ein paar Truppen hier für den Kampf bekomme. Das wäre wichtig, weil, ähm, die Schwerter hier von dem Plättchen bringen natürlich auch nur was, wenn ich im Kampf teilnehme überhaupt. Ähm, das bedeutet, genau, zum Hohen Rat geht der Gegner eh nicht. Das heißt, da habe ich eigentlich noch Zeit für. jetzt die Frage, wie ich am besten Truppen kriege. Wahrscheinlich kriege ich das am besten, wenn ich zu Blau gehe oder zu den Fremen. Eine Karte ziehen ist natürlich auch nicht schlecht, ein Wasser kriegen ist auch nicht schlecht. Ja, Wasser kann ich gleich benutzen, um zu den Fremen vielleicht hier dann direkt zwei Leute einzusetzen. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal mit der Karte hier, ähm, äh, hier hin. Kann ich ja, weil ich zwar Einfluss habe, ich bekomme eine Truppe, die kommt natürlich sofort in den Kampf, und ich, äh, bekomme ein Wasser. Wie gesagt, die Ringfähigkeit ignoriere ich jetzt, weil ich schon alle meine vier Schlüssel eingesammelt habe. Dann ist der grüne Spieler dran, grüner Spieler geht nach Katak, bekommt eine Truppe sofort in den Kampf und schiebt zwei Truppen nach. Okay, das ist schon mal ein Aufgebot an, an Kampfkraft. Schaue ich mal, ob ich da mithalten kann. Dann ist der gelbe Spieler dran, der gelbe Spieler holt sich, ansehen, bei den Benelgeserit. Das heißt, er kriegt auch hier jetzt einen Siegespunkt. Okay, da bin ich wieder dran. Wäre natürlich praktisch, wenn ich die Karte ja irgendwie entsorgt bekomme, weil dann kriege ich viel Geld, wobei eigentlich brauche ich das Geld gar nicht. Ach genau, ich habe hier eben vergessen, den Momentan, der muss ja wieder hier hin zurück. Hier muss ich einen neuen aufdecken. Schauen wir mal, vielleicht ist das auch relevant. Okay, immer eine Karte mehr ziehen. Sehr gut. Okay. Ja, ich hole mir auf jeden Fall den hohen Rad. Das bedeutet, ich spiele die Karte und gehe damit zum hohen Rad. Gehe hier hin, bezahle fünf und lege dann einen Würfel hier oben rein. Das heißt, jetzt habe ich das quasi erfüllt. Das heißt, da kriege ich jetzt immer vier Kampfkraft dazu. Den habe ich eben vergessen, den darf ich natürlich umdrehen wieder. Gut, das war meine Aktion. Dann ist grün dran. Grün geht nach Arakken. Gefällt mir natürlich auch wieder gar nicht. Kriegt einen Truppen in den Kampf sofort und darf noch einen nachziehen. Und kriegt die Ringfähigkeit. Dadurch kriegt er nochmal eine Truppe. Wenn er eine Allianz hätte, dann würde er sogar zwei Truppen kriegen. Hat er aber nicht. Okay, das war natürlich wieder schwer, da jetzt mitzuhalten. Null oder ein Einfluss hat Gelb. Das heißt, er geht auf das untere Feld hier und kriegt eine Frachtaktion. Dann bin ich wieder dran. Jetzt ist die Frage, versuche ich noch im Kampf mitzuhalten? Kann ich glaube ich gar nicht. Ich könnte mir jetzt Spice holen mit der Karte. Spice wäre natürlich nicht schlecht, damit ich hier später mal den Highliner Feld da hingehen kann. Wie viel Kaufkraft habe ich denn? Aktuell drei Kaufkraft. Da oben kriege ich noch zwei, habe ich fünf. Würde ich den hier kaufen können oder den? Wenn ich jetzt einen Einser ausgebe, habe ich nur noch vier Kaufkraft. Gut, könnte ich die beiden hier kaufen. Das war auch nicht so schlecht. Wie viele Kampfstecke hat er denn hier aktuell? 4, 6, 8, 10, 13. Ich habe zwei plus die vier. Da sind sechs. Fehlen mir noch sieben. Also ich glaube, den Kampf kann ich vergessen. Ich habe zwar hier auch noch zwei Intrigenkarten, die mir ja auch Kampfkraft geben können. Bis zu vier. Selbst das reicht nicht. Er hat einen Frachter. Ja komm, der Frachter ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, kann ich mir den hier, ich hoffe einfach, dass da noch einer mehr zukommt. Dann hole ich mir die nächste Runde. Das heißt, ich spiele die Karte aus, gehe hier oben zum Frachter und gehe zwei Schritte nach oben. Gut, das war es dann. Dann ist aber noch mal grün dran. Jo, da holst du natürlich noch mehr. Wenn dann richtig, kriege noch mal drei Truppen sofort in den Kampf. Und ein Ansehen hier. Im Endeffekt, besser jetzt als später. und da steht gelb schon, da kann er nicht noch mal hingehen. Dann geht er aber zu den Främen der Gelbe, bekommt auch zwei Einheiten und tut die auch sofort in den Kampf rein. Kann er nicht nachziehen und ein Ansehen bei den Främen. Gut, ich mache meinen Aufdeckzug. Ich erhalte einen Solaris und zwei Kaufkraft. Da oben habe ich natürlich noch mal zwei Kaufkraft. Das heißt, vier. Dann kaufe ich mir die beiden hier. Ich kriege noch mal ein Schwert, mache ich das auch noch mal. Also habe ich zwei mit dem hier drei plus die da oben plus die hier vier, also sieben. Dann würfel ich einmal noch mal für die Auslage. Die drei ist schon weg, passiert nichts. Das war mein Aufdeckzug. Dann muss ich noch die Kampfkraft der anderen berechnen. Gelb hat vier, Grün hat 1, 2, 3, 4, 5, das sind 10, das sind 16, das sind 19. Dann leg ich die erste Karte für Grün auf. Kriege noch mal zwei dazu, das heißt, er ist bei 21. Und Gelb kriegt zum Glück 0 dazu. Ja, Karten einsetzen und sowas brauche ich nicht. Ich könnte, das reicht aber nicht ansatzweise, ne, ne. Ich habe ja auch noch die Karte, dass der Grüne sein Schlachtschiff zurückziehen muss, aber da bin ich eigentlich weit von entfernt. Bedeutet also, Gelb kriegt nix. Er ist letzter geworden. Ich bekomme vier Solaves. Ne, ne, fünf. Der ist weg. Und der Grüne erhält hier die Vorherrschaft über Arakken und sein Schiff kommt auch dahin. Und er bekommt ein Siegespunkt. Und zum Glück sind alle seine Truppen weg. Genau. Dann machen wir noch die Sandwürmer. Die legen überall einen hin. Und genau, da brauchen wir die Agenten zurück. der Startspieler Token geht weiter, das heißt, der Grünspieler ist Startspieler. Und genau, wir beginnen mit der nächsten Runde. Okay, es geht um Katak, also hier oben. da kann man auch wieder eine Flagge reinlegen. Genau, jetzt ist er zum ersten Mal ein Konflikt der Stufe 3. Das bedeutet, ab jetzt gelten zwei Besonderheiten. Erstmal setzen die jetzt ihr Spice sofort ein, um Siegespunkte zu kriegen immer. Das heißt, er macht jetzt bezahlt sieben, um einen Siegespunkt zu kriegen. Er hat nur sechs, deswegen geht das noch nicht ganz. Und in der Könnerschwierigkeit gibt es dann die Variante, dass ach genau, nee, genau, ich hätte das eigentlich schon anders machen sollen. Ah genau, gerade ist mir aufgefallen, dass genau, was sich noch ändert in der Könnerschwierigkeit ab der dritten Stufe, dass ab jetzt die Gegner immer alle ihre Truppen reinziehen. Das habe ich gerade tatsächlich noch auf der einfacheren Schwierigkeit gespielt, nämlich, dass die Rivalen alle reinziehen, aber gut, habe ich quasi nicht ganz Könnerschwierigkeit gespielt, sondern irgendwas zwischen Anfänger und Könner, weil, also wie das eben wäre, dann wäre die Situation gar nicht zustande gekommen, weil wenn die schon mehr, also zwei Vorsprung haben, dann würden die die gar nicht erst reinziehen. Genau, also hätte eigentlich Grün jetzt noch sehr viel übrig. Aber gut, dann hätte ich vielleicht auch den Kampf mit meinen Karten hier gewinnen können, aber gut, also das ist nur die Besonderheit, die sich noch ändert, sobald Dreierkämpfe drin sind. Gut, genau, dann ziehe ich noch fünf Karten. Diplomatie, zu den Fremen gehen und Lady Jessica. Damit kann ich Karten ziehen, das ist gut. Drei Kaufkarten ist natürlich auch nicht schlecht. Damit könnte ich jetzt vielleicht sogar mal versuchen, Spice muss fließen zu kaufen. Da gibt er einen Siegespunkt, weil ich bin mit der Karte jetzt schon bei drei, hier oben vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also wenn ich jetzt gar nichts mache, könnte ich mir die Spice muss fließen kaufen. Gut, beginnen wir aber erstmal mit dem grünen Spieler, der ist als erstes dran. Er geht und holt sich Faltraum, liegt dadurch, weil ich das tatsächlich gar nicht so schlecht für ihn. Den Bonus hier oben weiß ich gar nicht, ob er ihn kriegt, ich glaube auch schon. Vermutlich. Drei, da bin ich mir gar nicht sicher, ob die das auch kriegen, den Effekt hier oben. Schaue ich mal ganz kurz nach. Genau, so wie ich die Regeln verstehe, bekommt er das, den Bonus tatsächlich. Also das ist richtig, dass er da die drei Münzen kriegt. Kriegt auch den Allianz-Token und dadurch natürlich einen Siegspunkt. Genau, dann ist als nächstes Grün dran. Grün kauft sich jetzt, äh, Gelb, sorry, Gelb ist natürlich dran. Gelb kauft sich jetzt auch ein Schlachtschiff. Bekommt ein Schlachtschiff hier rein und würde sich jetzt auch eine Technologie kaufen. Er kauft sich die teuerste, die geht. Das ist in dem Fall diese hier. Die kostet drei, die kann er sich auch gerade so leisten. Das heißt, er bezahlt hier drei Spice, um die zu kaufen. Äh, genau, und ab jetzt, wenn er mit dem Schlachtschiff einen Kampf gewinnt, dann setzt er das nicht hier oben ein, sondern nimmt das wieder komplett zurück, kriegt dafür dann aber einen Siegspunkt. Also er versucht, das quasi jetzt zu schaffen. Das passt jetzt auch, dass er das Schlachtschiff gerade gekauft hat. dann decke ich ein weiteres von hier auf. Okay, das ist jetzt nicht mehr so relevant. Gut, dann bin ich dran. Genau, ich sollte auf jeden Fall im Kampf teilnehmen. Ich könnte gut hier Spice kaufen oder Spice ernten, um mal ein paar mehr Truppen zu kriegen. Ich habe auch ein Wasser. Genau, oder Spice muss Fließen Karte kaufen. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt gar nichts mache, könnte ich das kriegen. Könnte ich das machen. Aber das hört sich für mich jetzt auch nicht so super gut an. Wenn ich das durch Karten ziehe, ging das natürlich auch. Aber wenn ich es irgendwie schaffe, Karten zu ziehen, dann könnte ich es auch noch schaffen, mir die Spice muss Fließen Karte zu kaufen. Ich meine, ein Siegspunkt ist ein Siegspunkt. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich würde natürlich auch ganz gerne hier oben die Allianz streitig machen. Aber dafür brauche ich natürlich auch Spice, viel Spice. Ja, ich denke, das mit dem Spice muss Fließen werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, diese Runde. Genau, ich könnte Leute einsetzen. Ich hole mir auf jeden Fall mal Spice, würde ich sagen. Erst mal Spice holen und dann vielleicht hier oben hinzugehen. Ja, theoretisch könnte ich es auch in der selben Runde schaffen. Gut, ich fange jetzt mal an, Spice zu holen. Ich setze jetzt einfach mal Lady Jessica jetzt so ein, um mir, um damit mich hinzusetzen. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin. Das bedeutet, Grün kriegt jetzt auch ein Spice. Damit hat Grün tatsächlich sieben Spice und kriegt einen Siegspunkt. Ich kriege aber drei Spice. Darf welchen Kampf einsetzen und ich darf zwei Karten ziehen. Okay, das ist nicht schlecht, das kann ich die einsetzen. Ich habe ja Lady Jessica, das ist ja eine Beneltschrist-Karte. das bedeutet, das würde jetzt gleich aktiviert werden. Das ist praktisch. Gut, dann, ja genau, momentan kann ich mich auch holen. Ja, ja. Genau, jetzt ist die Frage, tatsächlich kann ich, ja, müsste eigentlich gehen. Puh, macht das Sinn? Ja, ich mache es einfach mal. Und zwar setze ich diese Karte ein. Ich bezahle ein Spice, was ich gerade bekommen habe, um ein Frachter-Symbol zu kriegen. Damit cache ich das hier ein, sage ich mal. Also ich hole meinen Frachter zurück. Kriege jetzt zwei Truppen, weil ich jetzt auf einem Kampffeld bin, kriege ich diese sofort rein. Ich gehe irgendwo eins nach oben. Das bedeutet, ich gehe mal, ich mache jetzt wirklich mal Fokus auf hier ihm das wegzunehmen. Gehe hier eins nach oben. Dann, von den beiden, dann nehme ich mir natürlich zwei Spice. Und dann bin ich bei vier Spice. Genau. Dann ist Grün rein. Grün geht nach Araken. Bekommt ein Solaris für sich selber, sozusagen. Zwei, vier, sechs. Also beim nächsten Solaris kriegt er auch noch ein Siegespunkt. Kriegt jetzt eine Truppe in den Kampf und kriegt die Ringfähigkeit. Und das hat er natürlich leider aktuell noch die Allianz. Deswegen bekommt er zwei Truppen noch in den Kampf anstatt einer. dann ist Gelb dran. Gelb geht zu Banerjessrits und kommt hier ein Ansehen. Gut, dann bin ich dran. Ich denke mal, das Beste, was ich machen kann, ist, ja, ich kann mir auf jeden Fall den Mentant kaufen, weil ich mit dem Geld eh nichts machen kann und dann habe ich zumindest eine Karte im Endeffekt mehr. Mit Geld kann ich sonst nichts machen. Ich kann mir ein Schlachtschiff kaufen, da ist der Zug abgefahren, da habe ich das Gefühl. Genau, ich setze die Karte ein, gehe damit dann, was wollte ich gerade sagen? Genau, zum Mentant. Genau, weil ich die mittlere Schwierigkeit spiele, muss ich fünf bezahlen anstatt zwei. Das heißt, ich bezahle fünf Solaris, um dahin gehen zu können. Darf sofort eine Karte ziehen dafür und vernichte eine Karte hier. Das heißt, tatsächlich ist das jetzt relevant, dass ich zuerst eine Karte vernichte und dann eine ziehe. Man kann die Effekte in beliebiger Reihenfolge abhandeln, weil vernichten kann ich auch aus meinem Ablagestapel und ich würde jetzt die Karte vernichten und wenn die Karte vernichtet wird, kriege ich vier Solaris. Genau, dann ziehe ich die Karte da oben, äh genau, wobei, dann handel ich die Karte auch zu Ende ab. Eine Karte vernichten, habe ich gemacht und falls du eine weitere Ben & Jesuit Karte hast, habe ich, kriege ich nochmal zwei Spice. Das heißt, dann habe ich auch genug Spice, um da oben hinzugehen, zack, leg die Karte dann ganz normal ab und muss ja noch eine Karte ziehen, weil der Effekt hier oben und kriegt den Mentanten. das heißt, hier noch eine Karte, das ist die Karte, die ist auch nicht schlecht, um einfach nur das Frachter-Symbol zu kriegen. Gut, dann ist grün dran, schauen wir, was der noch alles macht, er geht Spice ernten. Das heißt, er kriegt insgesamt vier Spice. Okay. Was macht Gelb? Gelb möchte auch, ob sie möchte auch Spice ernten gehen. Das heißt, er geht hier tatsächlich hin und kriegt dann drei insgesamt. Ach genau, beide können natürlich die Leute reinziehen. Das bedeutet, grün hat ja keiner, aber der Gelb zieht sein Schlachtschiff rein. Gut, dann bin ich noch dran. Ich habe noch zwei Aktionen. Ich habe noch meinen Agenten und den Mentant. Ich denke mal, es macht tatsächlich am meisten Sinn, jetzt einfach viele Truppen reinzusetzen. Ich frage es, wie viele. Also ich mache auf jeden Fall, setze ich die Karte ein und gehe damit zur Raumgilde. Ich muss dann sechs zahlen. Sechs habe ich auch bekommen. Bekomme dann fünf Truppen. Ich überlege gleich mal, ob ich die in Kampf setze oder wie viele davon. Ich bekomme auch noch zwei Wasser. Das heißt, mit Wasser bin ich auch erst mal versorgt. Beide sind schon fertig. Das heißt, beide werden nicht mehr kriegen. Rechnen wir mal, dass sie eine Viererkarte ziehen. Das heißt, er hat aktuell sechs, das heißt, er wäre bei zehn. Er ist nur bei drei. Also zehn, eins, zwei, vier. Plus vier sind schon acht. Also es müsste eigentlich reichen. Ich habe ja noch meine Intrigenkarten. Also genau, ich kriege ja vier, weil ich im hohen Rat bin. Das heißt, ich bin jetzt ja bei acht plus vier, das sind schon zwölf. Also es sollte eigentlich reichen. Dann lasse ich den Rest hier stehen für den nächsten Kampf. Genau. Und ich kriege ein Einsehen hier oben natürlich. Das heißt, ich klaue dem grünen Spieler, äh, genau, dem grünen Spieler klaue ich die Allianz. Das heißt, der grüne geht dann runter. Ich gehe ins Hoch. Dann bin ich tatsächlich noch mal dran, weil ich noch meinen Mentant habe. Die anderen haben ja schon alle drei eingesetzt. Äh, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da sagt er, da bin ich bei sieben Kaufkraft, was ich eigentlich nicht brauche. Ich könnte mir natürlich noch mal zwei Truppen holen für den nächsten Kampf. Naja, aber ich könnte mir natürlich doch ein Schlachtschiff kaufen. Oder nur zwei Frachter-Symbole wäre natürlich auch nicht schlecht. Zu dem Frame, wo kann ich denn hingehen? Ich kann nur zu Gelb gehen. Also Gelb kann ich beispielsweise hier oben hingehen, um, äh, das Frachter-Symbol zu kriegen. Äh, ich kann zu Blau gehen. In der Intrigenkarte wäre okay. Oder zu dem Frame kann ich gehen. Ich könnte natürlich auch hier hingehen und hoffen, dass ich so gute Karten ziehe, dass ich genug Kaufkraft habe. Ich muss ja eigentlich nur noch zwei Kaufkraft ziehen. Ich habe ja aktuell zwei, drei, vier, fünf. Mit den zwei da oben bin ich bei sieben. Das heißt, wenn ich drei Karten ziehe und davon haben zwei eine Kaufkraft, dann würde mir das reichen eigentlich. Kostet halt zwei Wasser. Vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Ja. Ja, versuche ich mal. Ist natürlich ärgerlich, wenn das jetzt nicht klappt, aber schaue ich mal. Aber wobei, ich gebe ja ein, außer mich schon drei ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also müsste ich drei ziehen mit drei Karten. Tja, was habe ich denn noch so im Deck? Ich mache es einfach mal. Das kann schon schief gehen. Genau. Ich setze meinen Mentant dann ein, um hier hinzugehen. Mit dem Symbol oder mit der Karte. Ich muss zwei Wasser bezahlen. Die habe ich ja eben bekommen. Oder gerade bekommen. Ich darf dann drei Karten ziehen und hoffe, dass ich drei Kaufkraft ziehe. Jo, sogar mehr als drei. Das ist natürlich gut. Leute reinziehen, habe ich ja ausgerechnet und bräuchte ich im Prinzip nicht. Dann bin ich fertig. Dann mache ich mal einen Aufdeckzug. Ich breche nochmal meine Kampfstärke gerade. Das hier sind schon mal acht plus die sind zwölf. Die von ihm sind sechs aktuell und drei. So, dann habe ich hier, genau, erst mal kriege ich ein Frachter-Symbol. Dann gehe ich nach oben. Hier kriege ich nochmal zwei Kampfkraft. Bin ich mal 14. Hier entscheide ich mich dann für die Kaufkraft, weil mehr Kampfkraft brauche ich, glaube ich, nicht. Das heißt, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn, elf. Das heißt, ich kann mir auf jeden Fall Spice-Muss-Fließen kaufen. Dann kriege ich einen Siegspunkt für. Dann habe ich noch zwei übrig. Ja, lasse ich verfallen. Ich glaube, den einen jetzt hier zu kaufen für einen bringt es nicht wirklich. Dann war das mein Aufdeckzug. Dann würfel ich noch kurz für die Auslage. Die fünf und die zwei gehen weg. Dann fülle ich mal wieder auf. Okay, Benetra-Switch-Karte. Der war natürlich gar nicht schlecht. Ja, wobei, der Effekt, glaube ich, ignorieren die Gegner eh. Die haben ja keine Karten zum Abwerfen. Okay. Gut, dann war das der Aufdeckzug. Ich habe Karten ausgetauscht. Dann denke ich noch auf, zuerst für grün, wie viel Kampfstärke die dazu gibt, bekommen. Grün bekommt zwei dazu und gelb bekommt drei dazu. Er ist aber sechs. Dann habe ich gewonnen. Ich könnte jetzt das einsetzen, um, ach ja, das habe ich auch noch, hier die Karte. ganz vergessen, dass ich die auch noch habe. Aber ich setze die, ich glaube, für das Spice werde ich jetzt nicht mehr, soll ich das jetzt einsetzen? schade, ne, weil sonst hätte ich jetzt, würde ich, ich kriege jetzt zwei Siegespunkte, aber damit kriege ich nicht noch einen hin, ne? Ich könnte halt hier auf, beim Imperium noch oben gehen. Ne. Dann würde ich einfach mal versuchen, ich behalte die mal, dann müsste ich versuchen, den nächsten Kampf irgendwie zu gewinnen und zu sehen, dass ich zwei Spice habe und dann gehe ich hier nach oben und bekomme dann noch einen Siegespunkt mehr. Also lasse ich das erstmal liegen. Ja. Gut, dann spiele ich keine Intrigenkarte. Genau, ich habe gewonnen. Grün ist Zweiter. Grün kriegt eine Intrigenkarte. Das ist seine dritte Intrigenkarte. Das heißt, die kommen weg und er kriegt einen Siegespunkt dafür. Drei Spice. Dann hat er auch sieben Spice und dann kriegt er nochmal einen Siegespunkt. Also drei hat er bekommen, vier lege ich noch zurück. Grün hat, genau, Grün kriegt sein Schlachtschiff zurück. Gelb hat leider nichts gewonnen. Ich habe gewonnen den Kampf, bekomme die vier zurück, bekomme zwei Siegespunkte und die Vorherrschaft von Katak. Das heißt, er kommt da oben hin. Dann war das im Prinzip der Kampf. Genau, machen wir Sandwürmer noch. Sandwürmer kommen gar nicht, weil alles hier besetzt ist. Dann geht der Startspieler noch einen weiter. Wir machen die Rückrufaktion. Oder wir, das ist ja keine Aktion, wir rufen unsere Leute zurück. Blau und Gelb. Genau, Startspiel habe ich schon weitergegeben. Dann haben wir Rundenbeginn. Dann ist das vermutlich der letzte Kampf. Zwei Ansehen. Eine Trinkkarte. Ich muss Karten ziehen. Ich habe noch zwei, ich muss sie wieder mischen. gut, was habe ich gezogen? Das sieht erst mal nicht so spannend aus. Karte von Beginn. Hiermit kann ich zum Banerjessret gehen. Hier kann ich nichts und das bringt mir auch nicht so richtig viel, wenigstens drei Symbole. Dann beginnt aber Gelb. Gelb geht als erstes zum Imperium. Imperator. Kriegt da einen Siegespunkt. Das Gelb ist irgendwie ein bisschen abgeschlagen. Achso, die Karte habe ich jetzt schon aufgedeckt für Grün. Wobei, ich mische einfach nochmal den Stapel. Sonst weiß ich natürlich wo der hingeht. Das wäre ja auch doof. Genau, ich habe den, also jetzt nur noch die Karten, die übrig waren im Stapel, habe ich nochmal gemischt. Genau, also mein Plan war auf jeden Fall den Kampf zu gewinnen und mindestens zwei Spices zu kriegen. Das ist der Plan, dann würde ich doch mal versuchen, also ein Spice kriege ich tatsächlich hiervon gleich, wenn ich aufdecke. Aber ich denke mal zwei Spice werde ich eh irgendwie kriegen, also ein Wender kriege ich eh zwei Spice. Gut, das bedeutet, ich sollte mal auf jeden Fall Spice holen, dann kriege ich nämlich auch Leute. Wobei am besten wäre natürlich eigentlich, wenn ich hier unten zu den Främen gehen könnte. Aber ein Wasser habe ich ja. da kann ich natürlich auch nochmal ein paar Leute. Kann ich aber nicht. Ach genau, der kommt natürlich da oben wieder hin. Dann würde ich sagen, ich hole mir erstmal Spice. Ich schreibe mir mal, was passiert. Ich gehe hier hin und hole mir Spice. Das bedeutet, ich darf zwei Leute reinschieben. Ach, ich kriege nur einen Spice. aber brauche ich auch nur, ich brauche, habe ich ja gerade gesagt, ich brauche nur einen Spice. Bekomme ich einen Spice. Das zweite kriege ich nachher, wenn ich die Karte aufdecke. Gut, dann ist genau, grün dran. grün geht nach Arakken. Das bedeutet, er kriegt sich selber einen Solaris, dadurch kriegt er auch einen Siegespunkt, weil er hat dann jetzt sieben gesammelt und bekommt auch eine Truppe sofort rein und zieht sein Schlachtschiff rein. Er kriegt auch seine Ringfähigkeit. Aktuell hat er zum Glück keine Allianz mehr, deswegen kriegt er nur eine Truppe hier rein in den Kampf. Dann ist gelb dran. Gelb geht zum Imperator, zu dem anderen Feld beim Imperator. Bekommt zwei Truppen, zum Glück nur hier rein. Genau. Dann bin ich wieder dran. Ich sollte auf jeden Fall, ja, ich muss eigentlich wirklich nur zu sehen, da ich den Kampf gewinne. Genau. Ich gehe jetzt hier mit. Ich möchte eigentlich eine Karte ziehen. Idealerweise ziehe ich nämlich noch was, dass ich hier unten hingehen kann, zu den Främen. Das bedeutet, ich gehe mit dem hier hin. Ich habe ja die Fähigkeit, wenn ich eine Karte abwerfe, einen gegnerischen Agenten zu ignorieren. Das mache ich jetzt. Werfe quasi diese Karte ab. Die bringt mir beim Aufdecken zwar noch was, aber das ist eh egal. Ich nehme jetzt mal an, dass das die letzte Runde ist. Die Ringfähigkeit, wie gesagt, passiert nichts. Aber ich kriege eine Truppe und die sofort in den Kampf und darf eine Truppe nachziehen und ich darf eine Karte ziehen. Okay, habe ich die Stimme gezogen. Damit kann ich ein Feld entscheiden und da können keine Agenten hingesetzt werden. Ich nehme mal an, das gilt dann auch für die Rivalen, also dass das mit den Rivalen normal funktioniert. ist grün dran, will Spice sammeln, aber macht er ja nur, wenn extra Spice auf den Feldern liegt. Also muss ich neue Karte ziehen. Das heißt, er geht zu den Främen, bekommt ein Ansehen hier, bekommt dadurch auch einen Siegespunkt. Das heißt, er ist bei 10, aber wir spielen natürlich trotzdem weiter. Das wird erst am Ende nach dem Kampf, glaube ich, geprüft, ob das Spiel vorbei ist. Dann muss ich noch eine Karte für Gelb aufdecken. Gelb geht zum Faltraum. Das bedeutet, hierhin bekommt dann auch ein Siegespunkt. Dann bin ich dran. Da kann ich die Karte ja nicht hier hin müssen. Genau, also eigentlich, was bringt mir jetzt noch irgendwas? Vermutlich ist am besten, wenn ich noch eine Truppe kriege und vielleicht eine Intrigenkarte. Alles andere ist vermutlich egal. Ich muss halt wirklich einfach nur den Kampf gewinnen. Das bedeutet, ich setze die Karte ein, gehe hierhin, kriege eine Truppe, den setzt du vor den Kampf ein, kriege eine Intrigenkarte. Okay, falls du mindestens zwei das Beißmus fließen hast, kriegst du einen Siegespunkt. Falls du mehr hast, kriegst du zwei. Okay, habe ich nicht. Werde ich auch nicht mehr kriegen. Genau, wie gesagt, ich darf jetzt noch ein Feld aussuchen, wo die nicht hingehen können. Ach, das kann natürlich trotzdem helfen. Ich suche auf jeden Fall hier, das Feld hier oben aus. Das heißt, da kann kein Gegner hingehen, bis zum nächsten Zug. Genau, denke ich, funktioniert so. Genau, bin ich fertig. Dann muss ich einmal die Karten mischen für die Rivalen. Ich glaube, wenn ich den Kampf gewinne, habe ich eigentlich gute Chancen. Gut, dann ist eigentlich nur noch Grün dran. Da ist schon besetzt, da kann er nicht hin. Spice möchte er nicht sammeln gehen, weil kein extra Spice da ist. hier steht er schon. Das ist auch schon besetzt. Das ist auch schon besetzt. Tech-Verhandlungen. Gut, da bringe mir jetzt gar nichts, aber gut, macht er. Wobei, kann er sich was leisten? Er hat ein Spice. Ja, er kann sich tatsächlich was leisten. Und zwar das hier. Bezahlt er ein Spice für? Das weiß ich gar nicht, ob ihr das Ansehen jetzt bekommt. Vermutlich ja. Finale. Drei Einfluss oder mehr auf allen vier Leisten kriegt er einen Siegespunkt. Wer ist er denn? Grün. Kriegt er drei oder mehr Einflüsse? Ja, kriegt er nicht hin? Wahrscheinlich. Also, ich würde mal, wahrscheinlich macht er meistens Sinn, wenn er hier nach oben geht mit dem einen Einfluss. Dann kriegt er zumindest noch einen Siegespunkt. Ich denke mal, das ist fair. Ja, dann kriegt er einen Siegespunkt noch. Okay. Aber genau, das im Finale schafft er dann vermutlich nicht. Gut, dann bin ich fertig. Ich mache nochmal einen Aufdeckzug. Genau, ich kriege hier einmal ein Spice. das ist wichtig, ich habe zwei Spice. Ich bekomme dann hier zwei Schwerter auf jeden Fall, weil hier kann ich mir sonst eh nichts kaufen, was was bringt. Das heißt, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, also zehn, plus die vier hier sind 14, plus die hier sind dann 16. Zack, bin ich bei 16. Kaufkraft habe ich noch zwei, aber brauche ich mir nichts für zu kaufen, bringt eh nichts mehr. Das war mein Aufdeckzug, Würfeln für die Auslage austauschen brauche ich nicht, weil es eh die letzte Runde ist. Dann machen wir den grünen Spieler, er hat sieben und das war's. Das sollte eigentlich locker passen, dann denke ich noch eine Karte für ihn auf, er kriegt nochmal drei dazu, aber ist egal. Dann habe ich den Kampf gewonnen, grün ist zweiter, das bedeutet, grün verliert die zwei Truppen, bekommt aber drei Spice und eine Intrigenkarte, zum Glück kriegt er dadurch jetzt keinen Punkt mehr, weil er hat das Limit jeweils nicht erreicht. Ich gebe es ihm trotzdem mal. Dann, genau, ich habe gewonnen, dann bezahle ich jetzt wie angekündigt zwei Spice und setze die Karte ein. Wenn du gewinnst, darf ich das um irgendwo zwei hoch zu gehen, das heißt, ich bin blau, genau, ich gehe hier hoch und kriege dadurch einen Siegspunkt. Genau, habe ich die eingesetzt. Ich könnte auch die einsetzen, und falls ich gewinne, kriege ich zwei Geld. Mache ich einfach mal, weiß nicht, ob das jetzt noch was ändert, aber setze ich mal ein und kriege zwei Geld. Außerdem habe ich noch eine Intrigenkarte gewonnen. Schauen wir mal, was da drin ist. Es ist gar nicht mehr mein Zug, das heißt, die kann ich gar nicht mehr einsetzen, tatsächlich. Also die Kampfkarten natürlich schon beim Kampf, aber die Karte kann ich nicht mehr einsetzen. und ich kriege aber zwei Ansehen und dann genau so ich mir natürlich aus hier zwei nach oben zu gehen und dann habe ich alle vier Allianzen bekommen, das hatte ich auch noch nie. Da kriege ich einen Siegspunkt und zwei Truppen, gut, das mit Truppen ist egal, da habe ich das immer rein. So, dann ist das Ende des Spiels eingeläutet, am Ende vom Kampf wird das gecheckt. Es ist Gleichstand, aber zum Glück habe ich hier noch Sachen, also Spice muss fließen, habe ich nicht geschafft, brauchen wir gar nicht gucken, aber ich habe tatsächlich hier das geschafft, je drei oder mehr Einfluss auf vier Einflussleisten, das habe ich tatsächlich geschafft, das heißt, ich kriege hier nochmal zwei dazu, das heißt, ich bin bei 13. Der Gegner, genau, hätte hier noch schaffen können, drei Einfluss oder mehr auf allen vier Leisten, das hat er leider nicht geschafft, es fehlen hier zwei und dann habe ich doch mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen und das ist auch das erste Mal, dass ich über 12 hinausgekommen bin und genau, ja, das war's, Gelb hat sich nicht ganz so gut geschlagen, aber mit Grün, das war schon ein bisschen auf und ab, also da, was zwischenzeitlich dachte ich auch, wird schwer. Gut, dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich vielleicht als nächstes, welchen Charakter ich als nächstes spielen soll, ich werde das, ja, ich denke auch nochmal spielen, spätestens aber natürlich, wenn die neue, neueste Erweiterung herauskommt, auf Deutsch. Genau, dann, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.